so wir gehen in eine blue box 19,59 punkte es ist 8 uhr 45 erster trade des heutigen tages ist eine blue box und zwar bei 15.330 gehen belong und bei 15.310 gehen geschaut einen 19,5 box wir sind long im trade long im trade 15.330 wir sind in der vola box short wir sehen es hier und wir sind draußen aus dem trade vola box draußen und im blue box sind wir im zweiten trade und das bedeutet hier wir gehen ein stückchen tiefer bei der blue box auch und schauen ob der markt sich hier nach unten entwickelt wir haben dann gleichzeitig hier eine big number 15.307 zu 15.292 mal den indikator mit rhein gwe history indikator dann sieht man das sehr schön herz auf lösung für alle die den hedge gemacht haben sind draußen ja und alle die gestern mit mir in der schulung waren sollten ja das auch üben mit einem etwas höheren risiko so und unsere blue box ist auch dort im gewinn bei 94 und auch hier schließen wir den trade unser video tagebuch und ich verabschiede mich jetzt bei den youtube plan wünsche euch allen ein schönes wochenende morgen mache ich habe ich frei wir hören uns dann montag wieder mit unserem video tagebuch ja und wünsche ich dann einen einen schönen ersten mai und dann bis montag wir machen live trading um hier noch weiter selbstverständlich